Das Video hier mit meinem Freund. Es ist nicht YOLO 418, nicht 810, sondern 810. Nein, 4810. So, jetzt habe ich es. Ja, wir spielen jetzt Juwetenback-Runden und ich wollte euch noch was zeigen am Schluss. So, schon wieder ein Code. Nur auf K. So, er hat jetzt Max genommen, weil er so schnell ist. Er ist halt nicht so gut, darauf muss man aufpassen. Er hat einen Account von mir halt. Hier ist der DJ Frank. Wenn man den jetzt nehmen würde, also Frank, dann ist er nicht da. Ich weiß nicht, warum das so ist. Weil, wenn sich zwei Bibis treffen, weil man kann ja nicht mehr so einzuspielen. Aber das finde ich jetzt komisch, weil wenn man jetzt hier angreift, dann ist die Sorge dann hochgegangen. Mein Freund hat jetzt für sich allein die Subhandtöcke gemacht. Ja. Sehr schade. So, die Subhandtöcke ist super gut platziert. Vor allem, er ist in immer diese fünf, genauso wie beim Würfel, genau die gleiche Zeichen. Nein, er ist jetzt leider. Oh, nee. So, nach unten. Komm, geh mal nach unten. Nein, nicht pushen. Sehr schlecht. Komm, komm. Komm. Ja, er regt sich jetzt auf, weil ich so kacke bin. Obwohl. Du bist einfach kacke. So, der Code ist noch da, aber er ist bald tot. Tja, der geht ernsthaft, du. Müssen wir halt so hart beschützen. Ja, der ist halt so mega tot. Die Jäger, dieser Code war so hart anstrengend und so unnötig, dass er nach oben gegangen ist. So, dann nimm mal Frank. Warte mal. Er braucht einen kurzen Moment. So. So, jetzt ist Frank da. Jetzt muss man kurz aufpassen. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber die Milliarden Menschen spielen da Sport jetzt. Da, sieht man das? Da ist jetzt nicht Frank. Der DJ Frank. Das ist die zweite Gadget von, von, ein Primo. Der tut am nächsten Gegner einen Kometen zu landen. Der 2000 Damage macht genauso wie den normalen Kometen. Jetzt kann man nur dreimal einsetzen. Das war sein letztes Mal. Ich hätte es eigentlich am Dings eingesetzt zum Schluss. Ja, der Crow ist jetzt übertrieben, aber geiler Skin. Früher war er nur 30, jetzt ist er 80, weil er verschönert wurde. Das war bei meinem Bruder, bei meinem Bruder, bei dem Primo genauso. Bei dem Batman, der Primo kostet 30, und jetzt kostet er 80, weil er verschönert wurde. Richtig Batman-mäßig. Ich will das jetzt auch mal sehen. So. So. Ah, nein. Oh. Der Poco ist übertrieben stark. So, wahrscheinlich hat er keinen Gehittert. ich weiß nicht warum nein er hat das gadget ich habe das übrigens auch aber das ist mega nice habe ich noch nie eingesehen der es bei mir eingesetzt hat so ich habe trotzdem den auftrag fertig so das würde ich machen und dann wollte ich noch was machen ich möchte mal auf du schon das ist ja schon bei ms aus fernkampf macht ihr nur dass sie zwei mal hinten kann und deswegen ist sie im nahen kampf sehr schlecht nein bleibt doch stehen ja der ist nicht so gut wie schon gesagt so dass wir jetzt so gut jetzt hat er die verschuldet ich bin tot ich habe den nicht gekriegt die waren übertreten stark ich habe ich auch kopf zu reden ja moment ich mach dich bereit so weil er es direkt neben mir am ende wollte ich noch was zeigen das wird richtig nice er heißt übrigens heine ich komme zu mir du sollst zu mir kommen und nicht zu den kisten weil da sind welche da drüben ist auch mordriss wer bist du ich bin der bombenwerfer so zu sagen also er heißt dynamik er kann ich auch nicht so gut die namen aussprechen also tut mir leid wenn er was und er hat einen skin kostet jetzt auch 80 übertrieben skype für sommer ach die sind nicht zusammen in einem team hat sich ihm geschickt zusammen als wären sie ein paar kriege ich gleich auch kopfhörer marco ich muss mal hier kurz stopp machen ne muss ich eigentlich nicht so alt er hat das gadget gut zu wissen ah ne er hat dieses ding so ich habe ihn dafür noch gekillt ich wollte eigentlich noch was zum schluss sagen nein tut mir leid du kriegst keine kopfhörer das sind nur für pros kleine ja nee das darf man nicht in meinem video sagen am kopfhörer kommen wir ja hier nehme ich meinen ganz besonderen daryl den ich heute noch unbedingt auf rand 15 machen will so weil der daryl war einmal am tag dass das wasserrohr nicht mehr geht und jetzt geht es auf einmal wieder ergibt keinen sinn sie haben es rausgetan so jetzt sind wir mal in der führung ein golden baller ah ne der hat das gadget der boah uuuh mal sehen wie gut er damit umgehen kann ich habe ihn da was ist das denn in der mitte das war das gadget von baller so ein ähnliches wie speed eigentlich sozusagen genau das gleiche so sie sind in führung weiß nicht warum der crow soll mal vorgehen und mal rein werfen ok das ich habe meine mine ausgelöst von der ist super seltener weil er rollen kann was warum haben sie jetzt 13 wo sie vorhin 10 hatten hat einer voll so der ball ist erstens tot oh oh das war sehr knapp ah das hat mich nicht gekillt ähm hann kannst du mal uns mal kurz ziehen danke und das war jetzt lust von mir oh 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 scheiße wir müssen gas geben oh 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 ja ich war mal kurz vorm verrecken ja leider haben wir jetzt verkackt nein muss nicht ja wir haben verkackt so er hat glaube ich alle fallen ausgelöst nee nicht alle so wir haben trotzdem verkackt immer rollen nehmen habe ich es geschafft da sieht man noch mal die resse in nimmern einen anderen würde ich sagen ich nehme ja jacky nein wo bist du hingegangen ah doch das bist du tut mir leid nein 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 ich zeig dir mal der komplett besonders ist wo ist der da so mach dich bereit und drück sofort das grüne gadget sofort warum weil es halt so ist so der sandy bleibt da nein bleibt auch lieber da warum leht das ach ja das leht diese patrick aus ja die sind halt so dumm wie dann unsere ganze zeit und so ich kann auch sogar durch wände meine attacke ausführen den äh danke, 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 danke haut ab hier was was ich hab zur irgend ist er auch fertig ja oder oder er macht uns unsichtbar das macht er das mit mir ist das besondere daran die wissen gar nicht ob da das gadget drin ist nein was ich habe es gesehen ich weiß es jetzt nicht ja wir haben so hat verloren mit der weg geht das übrigens noch schneller ja dann lassen wir es mit dem modus man dann gehen wir noch mal du und bei du würde ich jetzt gerne mal ich lass gleich zum ende noch mal dieses geile spiel zeigen ich mach mal kurz stopp am ende des videos haben wir ein geheimnis was wir als ich gefunden habe und ich mein freund teilen nicht gehe mal in nahen kampf da weiter machst du mehr damage da siehst gesehen in der kampf machst du so viel damit das rico gesehen gesehen ich bin übrigens die tochter von jesse so so komm schnell sammelt ja ein nein weil da waren schon ein starker sozusagen so das nützt ihnen halt überhaupt nicht hilf mir mal ja aber aber gibt es jetzt nicht ultra stark ja wie scheißegal digga da kommt gleich ein ricko das ist jetzt bei der unnetzlich oder 1700 von ein einziges rennen du solltest rennen bin ich doch raus da raus da ja ich hab verkackt ja ja ein warenwerfer aber immerhin zweiter platz ist trotzdem ein sieg so ja in diesem video wollte ich noch was zeigen ich muss dich mal kannst du kurz verlassen weil ich will das solo machen moment da zeige ich euch noch mal wo ah ja ich hab gar nicht auch mit wenn man hier jetzt drauf drückt wurde gehackt und dann kommt hier ein countdown und wenn man auf eins und nun kommt man hier auf eine internetseite so mein freund macht das gerade auf acht bilder wird gehackt und da kommt dann spiel ich hab das schon öfters mal gespielt hier da kometen kann man nicht zerstören da aber die hier die muss man sogar zu stören um weiter zu kommen hier jetzt hat er ein upgrade bekommen das macht das kometen machen nur dings weg kometen macht in zwei balken weg zwei backen sind total viel so jetzt müsste hier bald einer kommen da ja wie schon gesagt es kann man auch so ein boss also jetzt habe ich die normale waffe wieder also sozusagen gestandert waffe sie kommen nicht wieder keine sorge für mein pokémon da drin da ist sogar der boss der macht raketen ja ich hab mal zum ersten mal so ein box ja die sind ultra op da die können sogar kometen zerstören jetzt habe ich das nur in der andere form jetzt habe ich wieder das schon wieder du nein ich war so weit zum ersten mal ihr könnt das gerne ausspielen wenn ihr brats das habt da und das das war ja schon eigentlich mit meinem video ja dann tschüss